Herzlich willkommen bei O2, ich bin Nils. In diesem Video erfährst du, wie du deine O2 SIM-Karte in dein Google Pixel 4 einlegst. Du brauchst dafür dein Google Pixel 4, deine O2 SIM-Karte und den mitgelieferten SIM-Auswurfschlüssel zum Öffnen des SIM-Kartenfaches. Als erstes zeige ich dir, wo du das SIM-Kartenfach findest. Nimm dazu jetzt dein Google Pixel 4 in die Hand. Drehe dein Gerät jetzt etwas nach rechts. Links oben auf der dünnen Geräteseite findest du dann das SIM-Kartenfach. Drücke nun mit dem SIM-Auswurfschlüssel in das kleine Loch, bis der Einschub etwas hervorsteht. Nun kannst du ihn herausziehen. Das Google Pixel 4 verwendet eine Nano-SIM. Das ist die kleinste Stanzung bei der Triple-SIM-Karte, die du von uns bekommen hast. Halte das SIM-Fach und die SIM-Karte so, dass die abgeschnittene Ecke unten rechts liegt. Beim Einlegen der SIM-Karte in das SIM-Fach schaut also die goldene Seite nach oben. Schiebe das SIM-Fach nun genau in dieser Position in dein Google Pixel 4. Großartig! Das war's auch schon. Jetzt kannst du dein Gerät direkt anschalten. Gib nur noch deine PIN ein und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Surfen und Telefonieren. Das war's wieder für heute von mir. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlass einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Nils. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Nils.